Hey Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Video hier auf unserem Kanal. Diesmal ist es nur ein Infovideo, denn ich habe euch so ein paar Sachen zu sagen. Also was heißt ein paar, es ist eigentlich nicht viel. Zuerst mal danke, dass ihr immer noch alle da seid nach der langen Zeit ohne Videos. Jetzt kommen ja regelmäßig wieder Videos. Geben wir uns jetzt viel Mühe mit. Das Problem ist, dass ich ab Freitag dem 1. im Urlaub bin für anderthalb Wochen. Wenn ihr da was sehen wollt vom Urlaub, dann geht mal auf Twitter. Das ist unser Twitter-Kanal. Und ja, da in der Zeit gibt es halt keine Videos von mir. Es sei denn Tug und Flo haben noch welche, weil die werden in der Zeit dann auch Videos hochladen. Das Problem ist, dass die ab dem 4. dann auch im Urlaub sind. Und das heißt, für eine kurze Zeit wird es wahrscheinlich keine Videos geben. Aber maximal eine Woche oder so. Weil wir es leider nicht geschafft haben vorzuproduzieren. Und ja, das wird sich in den Herbstferien, wenn wir da im Urlaub sind. Aber auf jeden Fall ändern, Leute. Da werden wir vorproduzieren. Und ja, bleibt einfach die Woche halt auf unserem Kanal. Ihr wisst jetzt Bescheid, es gibt da keine Videos. Danach machen wir wieder welche. Jeden Tag zwei neue. The Forest und Minecraft. Ja, vielleicht gibt es dann auch noch mal andere Projekte, die dazukommen. Wir haben da was überlegt. Lasst euch einfach überraschen. Vielleicht holt sich Tobi auch The Forest. Das heißt, wir können dann solche. Immer wenn wir sterben, können wir uns abwechseln. Dann ist das, denke ich mal, auch ganz cool für euch. Und ja, das Gameplay ist Ender Games auf dem Combo-Server. Mit dem Techniker-Kit. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an unserem Kanal. Bleibt einfach da. Guckt euch das Video hier zu Ende an. Es ist eine coole Runde. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschööö. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschööö. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.